Hallo meine Damen und Herren, mit dem letzten großen Update haben die Volvos das Annotation-Feature eingebaut. Mit diesem Feature kann man sehr einfach Smoke-Tutorials für sich oder auch für andere erstellen. Und da einige von euch wissen wollten, wie man dieses Feature richtig benutzt, zeige ich es euch jetzt. Let's go! Ich bin Susanne, bin 45 Jahre alt und ich liebe Käse einfach über alles. Im Moment gibt es diese bereits fertigen Annotations von den Volvos selbst nur auf Train. Wenn ihr irgendwo anders hinklickt, seht ihr, dass dieses Load Map Guide nicht erscheint. Also egal worauf ich sonst drücke, hier gibt es halt einfach noch nichts. Aber bei Train haben sie bereits was gemacht. Das sind die Annotations, die ihr hier eben aktuell sehen könnt. Das sind vier an der Zahl. Und hiermit kann man, wie vorhin erwähnt, selbst sehr schöne Smoke-Tutorials machen. Man hat ja einmal einen Titel, A-Cross-Smoke, dass man weiß, was man smoked. Dann hier nochmal eine extra Info, wie man sich hier genau hinstellen soll. Man soll hier an das Center von diesem Metall-Ding sich stellen. Und wenn ihr euch umdreht, seht ihr hier noch weitere Infos und auch, dass ich es eben einmal schon geschmissen habe. Und ihr könnt hier bereits sehen, dass ihr relativ gut steht. Passt mal auf, wenn ich mich verschiebe, dann erkennt ihr, dass diese Zielvorrichtung einfach falsch ist. Wenn ich perfekt stehe, mehr oder weniger, ist es sehr gelb. So, und jetzt habe ich hier nochmal die Info. A-Cross-Smoke. Okay. Und jetzt folgt hier ein sehr wichtiger Punkt. Und zwar steht hier, wie du schmeißen sollst. Man soll nicht so schmeißen. Man sieht bereits unter mir im Ziel, das kommt falsch an. Ihr sollt so schmeißen, dass das Minus 2x genau auf dem Chickenhead ist. Also hier auf dem Kopf des Chickens. Ich stelle mich also wieder richtig hin und warte, bis meine Skala kommt. Und sehe jetzt hier 2x, mache ich jetzt genau so, dass es auf dem Chickenkopf ist. Und jetzt sieht man unter mir im Ziel, dass ich genau in der Mitte bin. Oder fast exakt genau in der Mitte. Ich muss hier einen normalen Wurf machen. Ich schmeiße ganz normal. Und siehe da, die Smoke liegt perfekt. Das Tolle an diesen Anmerkungen ist, wie man eben sehen konnte, dass man sieht, ob man genau auch dahin trifft, wie es eben gedacht ist. Und jetzt hier hat man jetzt eine Besonderheit. Und zwar seht ihr unter mir, oben links in dem Bild des Ziels, ist diese Markierung für einen Jumpthrow. Und zu dieser Sprungwurf- oder Jumpthrow-Geschichte gibt es was Besonderes. Und zwar, wenn ich jetzt hier rumlaufe und die Granate durchgehend in der Hand halte, bereit zum Wurf, dann sieht man oben links in der Ecke nicht, dass ich jetzt einen Jumpthrow mache, weil ich mache ja auch keinen. Wenn ich aber einmal springe und springen gedrückt halte, bin ich ab jetzt durchgehend im Jumpthrow-Modus. Ich würde jetzt keinen schmeißen, aber ich sehe, wo meine Granate hinfliegen würde, würde ich jetzt einen Jumpthrow machen. Diese Funktion ist der verschissene Banger, denn somit kannst du eben perfekt im Vorfeld sehen, wo würde mein Jumpthrow hingehen, ohne dass du ihn machen musst. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel easy peasy Popdog absmocken, wenn ich jetzt einen Jumpthrow mache. Wenn ich das alles hätte ertesten müssen, wie es im Vorfeld der Fall war, hätte ich dann einfach ein bisschen länger gebraucht, bis ich so weit bin, dass ich weiß, ah ja, okay, hier stehe ich richtig. Wir gehen also zurück zu den Punkten, machen unseren Jumpthrow, wie angekündigt, und dann kommt das Ding optimal an. Das ist unglaublich. Und zack, Ivy ist zu. Jetzt haben die Wolves aber, wie gesagt, nur diese vier halt gemacht, und mehr gibt es aktuell nicht. Doch jetzt kommen wir ins Spiel. Ich möchte jetzt zum Beispiel für euch auf Basalt oder für Basalt ein Tutorial machen. Man sieht, hier ist dieses Feature, wie gesagt, nicht defaultmäßig dabei. Ich gehe mit den üblichen Settings rein und mache dann folgendes. Ihr öffnet eure Konsole und gebt folgendes ein. SV-Allow-Annotations 1. Ab jetzt habt ihr alle Annotation-Befehle freigeschaltet. Und wir benötigen vor allem den Create-Befehl, denn wir wollen jetzt die eigene kreieren. Jetzt gehe ich erstmal irgendwo hin. Ich habe natürlich total viele Spots schon vorbereitet für euch, und zwar genau hier. So, haben wir hier irgendwas Cooles. Ich muss jetzt gucken, ob die süß ist. Oh, köstlich. Natürlich möchte jetzt jeder und seine Mutter genau diesmal können. Und um das Leuten beizubringen, machen wir folgendes. Wir stellen uns exakt so hin, wie wir eben beim Wurf standen und lassen vor allem die Maus los, öffnen die Konsole und geben folgendes ein. Annotation, Create, Position. So, dem Ganzen geben wir natürlich noch einen Namen. Bubblers-Be-Smoke. So, und jetzt sehen wir. Wahnsinn, guckt mal da. Bubblers-Be-Smoke. Am besten guckt ihr euch die Sache erst am Ende an, weil jetzt müsst ihr euch ja wieder ausrichten. Denn jetzt kommt der Spot, der angeaimt werden muss. Wir geben also wieder Annotation-Create ein und dann folgt der Spot. Das bestätigen wir einfach und schon seht ihr, wow, das ist ja genauso wie bei den Wolvos. Es wird auch schön rot, wenn ich nicht perfekt dastehe. Optimal. Und jetzt wollen wir natürlich noch eine Beschreibung haben. Hier müsst ihr genau überlegen, wo ihr die hinhaben wollt. Hier ist ein Haus in der Nähe, das ist blöd. Ich mache meine jetzt hier oben links hin in die Luft. Ich nehme also einfach hier hin. Hier soll meine Beschreibung stehen. Ich öffne also wieder die Konsole und gebe wieder Annotation, Create und dann Text ein. Und hier folgen jetzt drei Parameter. Einmal der Titel, dann die Beschreibung und danach, ob das Ding Floaten oder Surfassen soll. Also Float in der Luft schwebend, Surface auf einem Hintergrund halt. Ihr wisst schon, auf einer Oberfläche. Der Titel wird sein B, Smoke. Wir halten das sehr einfach. Beschreibung, Sprungwurf, du Dackel. Und hinten dran einfach noch Float. Und dann hittet ihr Enter. Zack. Und jetzt ist alles ready. Ich nehme also genau hier hin. Wir stellen uns mal vor, ich wüsste jetzt nicht, was die Smoke macht. Ich mache meinen Jumper und denke, wo geht die nur hin? Wahnsinn, die smoket ja total gut das hier zu. Der Ersteller muss ziemlich brillant sein. Bis auf die Ecke hier. Ein bisschen schöner, aber auch etwas komplizierter ist folgender Weg. Ihr schmeißt die Smoke so, wie sie fliegen soll. Geht dann wieder eine Annotation Create rein, aber kreiert dann keine Position, sondern eine Grenade. Hiermit macht ihr eigentlich exakt dasselbe wie gerade eben auch. Ich schreibe also auch wieder einen Text rein. Sinnlose A, Smoke. Das hinten lasse ich offen. Das seht ihr sowieso gleich. Auch wieder Float. Und jetzt habt ihr folgendes. Ihr seht jetzt hier, dass hier eine Smoke geschmissen werden soll, so wie auch bei den Volvos auf Train. Und wenn ihr euch reinstellt und die Sache dann schmeißen wollt, seht ihr auch dieses Ziel hier unten unter der Cam. Aber ihr müsst diese Texte hier im Textdokument selbst verändern. Das geht nicht direkt über das Spiel. Zumindest wie hier zu sehen, funktioniert das bei mir nicht. Ich habe hier trotzdem Aim Instructions und Standing Instructions. Ihr müsst also speichern. Hier drin dann eben die Sachen eingeben. Einfach im Stehen stehen. Speichern. Rausgehen. Zurück ins Spiel gehen. Reloaden. Und dann einfach im Stehen stehen. Und deine Mutti aimt. Dann ist alles gut. Ja, und das ist eigentlich schon die halbe oder dreiviertelse Miete. Aber natürlich wollen wir die ganze Miete. Darum noch ganz kurz ein, zwei weitere Worte. Annotation. Create. Text. Das lassen wir einfach mal leer. Und hier schreiben wir dann LOL rein. Als nächstes dann Float. Und hinten dran Face Player. Ja, so. Jetzt haben wir dieses LOL und das zeigt immer zu uns oder schaut uns die ganze Zeit an. Des Weiteren gibt es ja Smokes, die man mitunter laufend schmeißen muss. Also so zum Beispiel. Mit den Annotations können wir uns das einfacher machen. Wir könnten zum Beispiel folgendes basteln. Wir wollen eine Smoke einfach nur linksklick schmeißen und zwar genau während der Bewegung an diesem Punkt. Ich habe jetzt eben die Position Lauf erstellt. Dann unseren Spot. Und jetzt erstellen wir eine Linie, Line. Und die machen wir hier auf einem Surface, also auf einer Oberfläche. Und wenn wir die Linie jetzt hier beginnen möchten, schreiben wir hier noch New dazu. So. Jetzt ist genau an dem Punkt, zu dem ich hinaime, ein Linienanfang. Den kann man jetzt nicht sehen. Jetzt laufe ich das Stück, das man halt laufen soll und meinetwegen soll man ab hier dann schmeißen. Konsole wieder auf. Wir machen das gleiche nochmal, aber ohne New. Also Annotation, Create, Line, Surface. Ich drücke Enter. Und schon haben wir hier eine weiße Linie. Ich kann mich jetzt also hier reinstellen und mich halt alleine. Das ist jetzt halt hier mittelmäßig schwer, weil ich halt nirgendwo anecken kann. Jetzt kann ich hier oben halt hin. Man sieht, das Ende der Linie ist jetzt nicht perfekt gewählt hinsichtlich unserer Kreise. Aber das ist ja auch nur ein Beispiel. Was ihr jetzt noch beachten müsst, ist folgendes. Ich bin immer noch im Linienmodus. Ich könnte die Linie bis hier unten auch noch hinziehen. Oder auch so schief. Mit dem selben Befehl. Boom. Es geht einfach immer vom letzten Punkt zu dem neuesten, wo du gerade hin aimst. Wenn du jetzt feststellst, oh, die Linie wollte ich gar nicht machen. Dann nutzt du einfach diesen Befehl hier. Annotation, Delete, Previous, Note. Also wir wollen diese letzten Note hier entfernen. Zack. Jetzt ist der Note entfernt. Man kann es aber noch nicht sehen, weil man die ganze Sache neu laden muss. Damit auf keinen Fall irgendwas verloren geht, speichere ich aber jetzt erstmal ab, falls ich irgendwo noch andere Sachen bereits hingebaut habe und die noch nicht abgespeichert habe. Um zu speichern, gebt ihr einfach Annotation, Unterstrich, Save, Leerzeichen und dann den Namen ein. Also so wie das ganze Ding heißen soll. Und nun Annotation, Reload. Und jetzt ist die Linie weg. Wenn ihr diesen Linienmodus jetzt abbrechen wollt, ich wäre jetzt übrigens immer noch in dem Modus drin, also ich könnte jetzt auch hier hin aimen und dann das hier machen und dann hätte ich jetzt hier auch wieder eine Linie. Wenn ich das nicht möchte, dann muss ich halt einfach wieder ein New da hinten dran setzen. Also sobald ich eine neue Linie machen möchte. Das heißt, wenn ich jetzt hier noch einen Strich hin machen wollen würde, damit man das besser sieht, ab wann man abwerfen soll, würde ich jetzt einfach folgendes machen. New, zack, jetzt gehe ich hier rüber. Ohne New. Und dann habe ich, ja, mein Krepel-Ding. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, was für Zielhilfen man damit basteln kann. Man könnte auch irgendwas zeichnen für den Spieler, dass er sieht, ah, okay, ich muss hier dieses und jedes machen. Jetzt gibt es noch eine Sache, die man in Game auch zeichnen kann und zwar Linien nicht auf den Oberflächen, sondern in der Luft. Wir nutzen natürlich auch wieder unseren Annotation Create Line Command und schreiben jetzt aber dann hinten dran Float. Und nicht eben Surface, auch wieder New, zack. Jetzt haben wir hier einen Punkt ungefähr auf der Schniepelhöhe. Ich gehe jetzt einfach ein bisschen weiter zurück und ihr werdet jetzt gleich sehen, was ich mit Schniepelhöhe meine, zack. Und schon haben wir hier einen weißen Strahl. Also doch ziemlich, ich würde sagen, etwas über dem Knie. Und ja, damit kann man eben auch ganz tolle Sachen lernen. Und die ganze Sache ist jetzt auch benannt und zwar ist das die Schniedellinie. Diesmal mit dem Befehl Surface anstelle von Float beim Text, damit das eben nicht in der Luft rumschwabbelt, sondern eben auf dem Boden steht, also auf der Oberfläche. Was jetzt natürlich noch wichtig ist, ist folgendes. Ihr wollt das Ganze ja auch speichern können und an eure Kumpels dann verschicken. Wir gehen also davon aus, ihr habt jetzt hier die gesamte Map voll mit Notations gemacht. Ihr habt voll die coolen Ideen, wenn man sich hier hinstellt und das Smoke schmeißt, dann smogt man sich selbst ein und so weiter und so fort. Ihr seid also sehr stolz. Jetzt dürft ihr auf keinen Fall weggehen, weil die Sachen sind, soweit ich weiß, nicht gespeichert. Ihr müsst es von Hand speichern und das geht so. Safe, Basalt mit Bubbler. Eins, zwei, drei. Und jetzt ist die ganze Sache abgespeichert. Zu finden in Steam Libraries, Steam Apps, Command, Counter-Striken, Global Offensive Games, CSGO und dann Annotations. Und jetzt gehen wir davon aus, du nimmst die Annotation, schickst sie deinem Kumpel und sagst, ey Mate, dann zieht er sich dieses Textfile in den selben Ordner bei sich auf dem PC, geht auf Practice, öffnet Baselt, macht sich dann natürlich mit SV Allow Annotations die ganze Sache überhaupt erstmal an und gibt danach folgendes ein. Annotations, Load, Leerzeichen und dann muss man den total schönen und kurz gewählten Namen eingeben. Basalt mit Bubbler, eins, zwei, drei war es glaube ich, ne? So. Was ihr übrigens auch noch machen könnt, ist im Textdokument dann, also in eurem Basalt mit Bubbler, eins, zwei, drei Textdokument, eure Eingaben händisch verändern. Zum Beispiel können wir jetzt hier einfach die Farbe einstellen. Einfach irgendeine Farbe eurer Wahl eingeben, hier speichern, zack. Und jetzt ist die Sache doch tatsächlich grün, gibt's doch gar nicht. Natürlich muss ich reloaden, damit das funktioniert. Ja, spielt damit ein bisschen rum, tobt euch aus, man kann wirklich viel geilen Scheiß machen. Ich werde natürlich logischerweise rangehen und die zukünftigen Granaten- oder Smoke-Tutorials alle mit sowas ausstatten. Also ich zeige im Video kurz, eigentlich muss man es fast gar nicht mehr zeigen. Wichtig ist, dass in der Videobeschreibung das Textfile ist, das ihr euch laden könnt, um die Granaten dann zu machen. So. Ich hoffe, ich konnte euch Annotation-mäßig ein bisschen weiterbringen. Es ist wirklich ein sehr geiles System, Banger-Update oder Update-Brocken, den sie da gebracht haben. Hinzu kommt natürlich dieser Jump-Throw-Toggle-Modus, dass du in Practice durchgehend sehen kannst, wo die Granate hinfliegen würde, wenn du Jump-Thrown würdest. Sehr, sehr geile Quality-of-Life- und Service-Updates. Ich ziehe es dann direkt durch für euch, gibt's noch eine P250-Franklin zu gewinnen. Greift einfach zu, wenn man machen möchte, schreibt man einfach, wie man diese Annotations findet. Das Video geht schon viel zu lang. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, fürs Liken, für die Kommentare. Sehr, sehr edel von euch. An alle Neuen willkommen hier bei den Wabblern und kommt gerne im Stream vorbei. Dort gibt's ja aktuell dieses Glove-Geefe. Soll ich's euch zeigen? Komm, ich zeig's euch. Und zwar gibt's auf Twitch für euch diese Gloves hier. Der Link ist in der Videobeschreibung. So, ja. Danke für alles. Bye-bye. Ich will deine dicken, fette Mutter auf die Instagram messen.